In der Festung Dresden können wir ab heute 500 Jahre in die Vergangenheit reisen. Unter der Prüschenterrasse hinter meterdicken Mauern wurde dank Audio-Technik und 360-Grad-Projektion eine abenteuerliche Ausstellung geschaffen. So können Besucher die Geschichte der Festung Dresden hautnah miterleben. Durch die dunklen Gewölbe der Stadt führt Herzog Moritz durch die Zeiten der Pest, des Krieges oder nimmt uns mit auf die legendären Feste auf der Prüschenterrasse. Geöffnet hat die Ausstellung Festung Experience täglich von 10 bis 18 Uhr. Gemeinsam mit Kurfürst August dem Starken und Porzellanerfinder Johann Friedrich Böttger können wir dann die Geheimnisse der Festungsgeschichte lösen.